Schon lange gehört das Selfie zum Alltag dazu. Ab sofort hält es aber nicht nur die schönsten Momente fest, sondern dient auch der Identifizierung. Als erster Versicherer in Europa führt die R&V das Video-Ident-Verfahren ein. Statt auf Post zu warten, können unsere Kunden von überall und zu jeder Zeit ihre Identität bestätigen und so ihre Versicherungen sicher verwalten. Ein digitaler Assistent führt Schritt für Schritt durch den Ablauf. Los geht's mit einem Selfie-Video. Sobald die Kameraposition stimmt, startet die Aufnahme automatisch. Nacheinander sind zwei Wörter vorzulesen. Wohnwagen. Politik. Danach geht's mit der Aufnahme des Ausweises weiter. In einem mehrfach gesicherten Verfahren werden die Daten verarbeitet und so sichergestellt, dass nur unsere Kunden selbst Zugriff auf ihre sensiblen Daten haben. Nach wenigen Minuten ist das Verfahren abgeschlossen. Dann gibt's unter Meine R&V vollen Zugriff auf Verträge, Mitteilungen und den aktuellen Bearbeitungsstand. Für unsere Kunden bedeutet das neue Video-Ident-Verfahren mehr Zeit für sich und für andere schöne Dinge im Leben.